Musik Daumen hoch für das Elternkind-Turn des TUS Neukölln. Dem Training für die ganze Familie mit viel Begeisterung, Leidenschaft und Spaß. Einfach diese ganzen Grundlagen fürs Bewegen in der Halle, fürs Turnen, für aber auch so viele andere Sportarten zu lernen, balancieren, Gleichgewicht, Koordination und dann auch einfach, dass Kinder merken, worin bin ich eigentlich gut, kann ich gut springen, kann ich gut laufen. Die Purzelgruppe, wie sie hier heißt, gibt es seit November 2021. Jeden Montag treffen sich Kinder ab zwei Jahren mit ihren Eltern in der kleinen Sporthalle der Regenbogengrundschule in Neukölln zum gemeinsamen Sport. Ja, ist eigentlich super. Also einerseits hat man hier natürlich so Angebote, ist jedes Mal irgendwie ein anderer Parcours aufgebaut und gleichzeitig ist da natürlich trotzdem Freiraum so für kreatives Spielen mit den anderen Kindern. Das Training beginnt mit einer gemeinsamen Aktivierung mit dem Schwungtuch, gefolgt von einer Partie Feuer, Wasser, Sturm. Danach wird natürlich gepurzelt. Auf einem vielseitigen Parcours können sich die Kids dann so richtig austurnen und ausprobieren. Ja, es ist einfach super bunt gemischt, also von allen Altersklassen und Leute sind nett, von daher macht es schon Spaß. Und die Halle ist voll. Die Gruppe hat die Höchsteilnehmerzahl schon längst erreicht. Dazu noch Wartelisten, die immer länger werden. Der Bedarf am Eltern-Kind-Turn ist also groß und wächst stetig. Die Überlegung ist jetzt zwei Gruppen aus dieser einen zu machen. Wir sind im Moment 15 Kinder mit ihren Eltern und dass wir das so ein bisschen splitten. Es stehen nämlich über 10 Kinder auf der Warteliste, sodass wir dann zwei Gruppen haben mit jeweils 15 Kindern. Natürlich wird in der Purzelgruppe auch das Aufräumen zur gemeinsamen Angelegenheit. Wirklich jeder hilft mit. Nach knapp 90 Minuten sind alle fertig, aber auch glücklich. Die Purzelgruppe also nicht nur ein Spaß für Eltern, sondern auch für die Kids. Und dafür gibt es ganz klar einen Daumen nach oben.